Wir haben die Innovationen für die alpenländische Landwirtschaft gesucht. Wir haben sie auch gefunden. Herzlich willkommen bei der heutigen Präsentation der ALP Innovation Trophy 2020. Vor knapp einem Jahr hat die Fachzeitschrift Landwirt und die Fachzeitschrift Schweizer Landtechnik die Industrie, aber auch Düftler und Bastler eingeladen, ihre Innovationen einzureichen. Aus den zahlreichen Innovationen haben wir die Sieger gekürt. Wie wir das gemacht haben, erklärt euch jetzt Roman Engeler aus der Schweiz. Ja, eine Jury bestehend aus Vertretern von Wissenschaft und Forschung, von Unfallverhütung und Maschinenringen sowie den Redaktionen der beiden Zeitschriften haben die eingereichten Innovationen hinsichtlich Optimierung und Vereinfachung von Arbeitsprozessen im Werkgebiet, Verbesserung bei Effizienz und Ergonomie, Reduktion im Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen, Verbesserte Nachhaltigkeit im Maschineneinsatz sowie Steigerung der Sicherheit für Mensch und Maschine beurteilt und darauf basierend eine Vorauswahl von drei respektive vier Innovationen in den Kategorien Bastler und Tüftler sowie Industrie getroffen. Über diese vorausgewählten Entwicklungen liessen wir unsere Leserinnen und Leser per Online-Voting abstimmen. Rund 2.500 Stimmen sind dabei eingegangen. Auf der Tagung Landtechnik im Alpenraum sollten dann die Sieger präsentiert werden. Jenen in der Kategorie Bastler und Tüftler wird uns nun Johannes Pahr vorstellen. Jungen in der Kategorie Bastler und Tüftler Lange mussten wir auf diesen Moment warten. Jetzt ist es endlich soweit. Der Sieger in der Kategorie Bastler und Tüftler steht neben mir. Bernhard Kralinger, ich gratuliere dir zur Verleihung der Alp Innovation Trophy 2020. Dankeschön. Ich möchte mich auch bei allen Unterstützern des Projektes bedanken und vor allem bei den Wählerinnen und Wählern, dass ich da erster geworden bin. Dankeschön. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns deine Innovation jetzt einmal an. Bernhard, was ist das Innovative an diesem Grün- und Nachsatgerät? Das Innovative ist, dass das Nachsatgerät in einen Frontstriegel und ein Hecknachsatgerät unterteilt ist. Der Frontstriegel weist eine kompakte Bauform und eine leichte Bauweise auf und hat Tasträder zwischen den Zinkreihen, die eine exakte Bodenabtastung ermöglichen. Bernhard, was gibt es am Heckgerät speziell etwas zu sagen? Ja, das Heckgerät besteht aus einem Lenkbock, einer Prismenwalze und einem pendelt aufgehängten Saatbehälter. Der Lenkbock sorgt dafür, dass die Walze immer am Boden bleiben kann und man kurven fahren kann und es wird somit beim Aufheben nicht gefährlich. Der pendelnde Saatgutbehälter ist dafür zuständig, dass das Saatgut nicht entmischt wird und die Aufteilung vom Saatgut berg- und talseitig immer gleich bleibt. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Gerät zu bauen? Ja, bei uns wird auch im Berggebiet die Nachsaat immer wichtiger und es ist halt herausgekommen, dass alle Geräte eigentlich zu schwer sind für unsere kleine Zugmaschine und für die Hanglage. Dann haben wir uns überlegt, wir könnten eine Nachsaatkombination für einen Mähdruck machen, die leicht ist, eine hohe Hangtauglichkeit hat, wendig ist und damit auch sicher ist. Werner, das Gerät steht jetzt fertig hier, du hast es fertig entwickelt, was hast du in Zukunft vor damit? Zurzeit bin ich mit meinem Mähdruck am eigenen Betrieb und überbetrieblich über den Maschinenring im Einsatz und ich bin auf der Suche nach Firmen, die sehr Zusammenarbeit mit mir vorstellen konnten. Vielen herzlichen Dank, nochmal herzliche Gratulation zu diesem Sieg. Und wir gehen jetzt zurück nach Baden-Württemberg zu Roman Engeler, der uns den zweiten Sieger aus der Kategorie Industrie vorstellt. Ich bin jetzt bei der Firma Sauerburger in Wasenweiler gelandet und darf den ersten Preis der Alp Innovation Profit 2020 in der Kategorie Industrie an die Herren Hoffner und Sauerburger übergeben. Herzliche Gratulation zu Ihrer Innovation des neuen Handgeräteträgers GRIP 470. Eine besondere Leistung, denke ich. Und wir wollen dann von Herrn Sauerburger die Highlights dieser Maschine dann gerne noch näher kennenlernen. Der markanteste Unterschied und der erste Blickfang ist die mittig aufgebaute Kabine. Diese Kabinenposition verleiht dem Fahrer eine optimale Rundumsicht um das ganze Fahrzeug und auch die beste der Aufsicht auf sein Multgerät oder auf sein Mähwerk, das im Front angebaut ist. Wir sind jetzt hinten angelangt und sehen den Heckmotor hinter der Kabine positioniert. Der Vorteil dieser Position ist, dass der Motor das Gegengewicht von den Anbaugeräten bildet. Ein weiterer Vorteil, der dieser Heckmotor bietet, ist von der Geräuschentwicklung her, fährt man ständig raus aus dem Motorlärm, weil er eben im Heck angebaut ist. Ein weiterer Vorteil ist, die Isolierung zur Kabine ist wesentlich einfacher und effizienter, weil man eine kleinere Kontaktfläche zwischen Motor und Kabine besitzt. Eine weitere Innovation des Grip 470 liegt im neu überarbeiteten Kühlersegment. Wie Sie sehen, lässt sich das Kühlerpaket durch einen einfachen Handgrip nach außen schwenken. Ein weiteres Highlight dieses Fahrzeuges ist der zweizügige, steife Chassisrahmen. Er hat das Pendelgelenk 305 mm über der Achsmitte sitzen. Zusammen mit dem großen Pendelweg der Vorderachse hat das Fahrzeug eine enorme Handstabilität. So, das waren nun die beiden Sieger der Alpinnovation Trophy 2020. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Tüftlern und Firmen für ihre Beiträge, den Mitgliedern der Jury für ihre kritischen, fachlichen Beurteilungen und bei unseren Leserinnen und Lesern für das Voting. Wir, die beiden Fachzeitschriften Landwirt und Schweizer Landtechnik Technik Agrikol, freuen sich bereits jetzt auf die nächste Austragung, die wir wieder synchron zur Tagung Landtechnik im Alpenraum zu organisieren gedenken. realized der neue Fragung He thinks Er 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 Vielen Dank.